Im letzten Video habe ich über die Basics von effizienten Büroabläufen gesprochen und vier Themenfelder vorgestellt, die Ihnen dabei helfen. In diesem Video stelle ich vier weitere Themenfelder vor und gehe speziell noch auf die typischen Büroprozesse ein. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Ein zentrales Themenfeld sind Ziele und Prioritäten. Ich kann es gar nicht oft genug bedrohen. Wenn alles gleich wichtig ist, ist auch alles gleich egal. So hart, wie es klingt. Daher ist es wirklich entscheidend, als Führungskraft Ziele zu setzen und in den Morgenbesprechungen zu klären, was heute wichtig ist und dringend erledigt werden muss. Und dabei hilft Ihnen als Führungskraft die Eisenhower Matrix, indem Sie gemeinsam als Büroteam einteilen, was ist wichtig oder was ist unwichtig, was ist dringlich und was ist vielleicht weniger dringlich. Und planen Sie das für sich und das Team den Tag oder die Woche und bekommen Sie wirklich auch was abgearbeitet. Und wie man das mit einem kleinen Tool gut bewerkstelligen kann, das sehen Sie hier im Video. Schauen Sie mal mit rein. Vergessen Sie auch nicht gemeinsam als Team die erreichten Erfolge zu feiern. Denn wer ordentlich was wegschafft, der darf auch seine Leistung zu Recht stolz sein. Auch das sinnvolle Delegieren und Nachverfolgen von Aufgaben hilft Ihnen, die Abläufe im Büro effizient zu matchen. So erkennen Sie nämlich auch, wo es Engpässe und Flaschenhälse gibt. Und damit komme ich gleich zum nächsten Themenfeld. Wenn Sie sich öfter sagen werden, das mache ich lieber schnell selbst, weil bevor ich das jetzt langwierig erkläre, dann sollten wir zwei uns mal ernsthaft über Schulung, Weiterbildung und Mitarbeiterentwicklung unterhalten. Es ist ja heute so einfach geworden, Mikroschulungen als E-Learnings im Unternehmen aufzubauen. Alles, was Sie dazu brauchen, haben Sie vermutlich schon mit großer Wahrscheinlichkeit in Ihrem Unternehmen. Alles, was Sie nämlich brauchen, finden Sie im Microsoft 365 Umfeld. Bauen Sie eine Power-App, die Ihre Mitarbeiter durch die Schulungen führt. Es wird durch die App das Microsoft-Konto registriert, wer von Ihren Mitarbeitern diese App gerade aufruft und startet. Und dann starten Sie ein Microsoft-Sway, das Ihre Schulungsinhalte zeigt. Und das Tolle an der Sache ist, das lassen sich eben auch alle Arten von Medieninhalten dabei einbauen. Also Bilder, Audiodateien, Videos, Hyperlinks zu irgendwelchen Systemen und Ähnliches. Und nach dem Sway startet dann die App ein Quiz über Microsoft Forms. Und wenn zum Beispiel 80 Prozent der Fragen korrekt beantwortet sind, dann wird die Schulung als erfolgreich abgeschlossen und gespeichert. Und wenn nicht, dann wird der Mitarbeiter zum Sway zurückgeführt und anschließend startet eben dieses Quiz neu. Das geht dann so lange, bis der Mitarbeiter die Fragen richtig beantwortet hat. Das ist zwar vielleicht ein bisschen nervig, aber durchaus effektiv. Und Sie können auch nachverfolgen, wer die Schulung erfolgreich abgeschlossen hat und wer nicht. Bauen Sie also so Schritt für Schritt Schulungsmodule zu den Aufgaben im Büro auf. Zum Beispiel, wie man eine Rechnung prüft, auf was man alles zu achten hat, wie man sie korrekt verbucht und wie man ein Angebot erstellt, wie man mit einem Neukunden im System hinterlegt und so weiter. Sie können da wirklich so kleine abgeschlossene Module eben erstellen, die dauern dann vielleicht drei bis fünf Minuten. Aber das Wichtigste ist eben dann dadurch vermittelt. So bekommen Sie eben Standards und können auch immer auf diese Standards verweisen. Oder jederzeit auch nachschulen und auch diese Nachschulung, die Sie im Entwicklungsgespräch vereinbaren, eben auch entsprechend nachhalten. Etwas weniger IT-gestützt und mehr auf gegenseitige Interaktion ausgelegt sind das Mentoring und die Verbesserungskata. Auf die Verbesserungskata gehe ich jetzt gleich im Video nochmal kurz ein. Beim Mentoring zeigen erfahrene Kollegen die Arbeitsweise und leiten den weniger Erfahrenen, den Mentee, eben entsprechend an. Das ist seit Jahrhunderten die übliche Lehr- und Lernform im Handwerk. Heißt jetzt nicht so schick Mentoring, sondern da war es halt dann der Stift. Aber letztendlich war es ja so, dass der Meister oder der Geselle den jungen Auszubildenden immer gezeigt hat, wie man was macht, dass sie mithelfen können und dadurch eben das Gewerk entsprechend lernen. Sie hat sich aber auch für die Mitarbeiter im Büro hervorragend bewährt. Wichtig ist da vor allem schnell wiederkehrende Zyklen beim Mentoring und vor allem eine enge Feedback-Schleife mit ermutigenden Rückmeldungen, wenn auch irgendwas mal nicht auf Anhieb geklappt hat. Wenn alles auf Anhieb klappen würde, bräuchte man ja kein Mentoring und wüsste der ja schon alles. So wird die Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen wirklich gefördert, so wird das Selbstbewusstsein des Angeleiten gestärkt. Und auch die erfahrenen Kollegen, die vielleicht körperlich nicht mehr so schwer arbeiten können, sind doch ganz, ganz wertvolle Mitarbeiter eben beim Anlernen und beim Schulen und vom Zeigen von Dingen eben für die Jüngeren. Die Verbesserungskata ist etwas formalisierter und hilft Probleme auf dem Weg zum Soll-Zustand zu lösen. Das baut sehr stark auf den Prinzipien des Mentoring auf und deswegen gehe ich jetzt nochmal auf die Kata entsprechend mit ein. Bei der Kata fragt der Mentor bzw. die Führungskraft den Verbesserer, was der Zielzustand ist. Also wo wollen wir denn eigentlich hin? Was wollen wir eigentlich erreichen? Was soll denn der Prozess leisten? Das kann im Büro sein, dass zum Beispiel die Rechnungen an den Kunden maximal fünf Tage nach Abschluss der Leistung gestellt sind, was Stand heute vielleicht durchschnittlich 17 Tage dauert. Also da ist da wirklich Raum für Verbesserung. Und jetzt sucht man sich eben Hindernisse, die es derzeit unmöglich machen, diesen Zielzustand zu erreichen. Zum Beispiel Regiezettel sind nicht rechtzeitig wieder im Büro, man kann sie kaum lesen, ich habe keine Zeit gehabt, das ist alles so schwierig, was auch immer. Man beginnt dann eben auch an dem wichtigsten Hindernis zu arbeiten und führt ein Experiment nach dem PECA-Zyklus durch. Und am Ende prüft man eben, ob man seinem Ziel näher gekommen ist, also ob sich dann zum Beispiel die durchschnittliche Durchlaufzeit verkürzt hat, oder ob man eben sagt, naja, war eine Idee, haben wir ausprobiert, ging aber halt schief. Experimente dürfen auch mal scheitern, ist auch nicht so schlimm. Wichtig ist vor allem, dass wir darüber lernen aus dem Experiment, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert, warum vor allem also diese Reflexion über das eigene Tun und was dabei rausgekommen ist. Soweit in aller Kürze zur Verbesserungskata. Wenn Sie tiefer in das Thema Verbesserungskata einsteigen wollen, ich verlinke Ihnen hier dieses Video. Schauen Sie in der Umgebung mal mit rein, es lohnt sich wirklich. Die Kata ist eine großartige Möglichkeit, Mitarbeiter echt zu entwickeln. Und das ist auch für die Mitarbeiter wirklich motivierend, wenn Sie am Ende des Tages sagen können, hey, ich habe es geschafft, wir brauchen nur noch fünf Tage für die Rechnungen. Jetzt kennen Sie drei Ansätze zur Schulung und Mitarbeiterentwicklung. Vielleicht verstehen Sie, warum ich, ich mag es lieber selbst, nicht sonderlich mag. Ich finde das keinen guten Ansatz, weil Sie sich selbst auf Dauer überlasten. Denn Sie können vielleicht einen Mitarbeiter abnehmen, das F auf der Schulter, aber doch nicht bei 20 Mitarbeitern, dann wird es halt irgendwann schwierig. Und vor allem verbauen Sie ja auch den Mitarbeitern den Weg, sich zu entwickeln. Und diese Mitarbeiterentwicklung ist halt ein ganz, ganz wesentlicher und zentraler Baustein. Letztlich wirken Sie somit auch die gesamte Verbesserungskultur in Ihrem Unternehmen ab. Nächstes wichtiges Themensfeld für gute Büroabläufe, die Gesundheit und das Wohlbefinden. Da sitzt man jetzt den ganzen Tag auf einem Stuhl und zieht sich Listen und Tabellen in der Buchhaltung an, die gefühlt drei Pixel groß sind. Also so mini, dass man fast nichts sieht. Und am besten noch auf so einem 14-Zoll-Bildschirm. Na danke, super. Das, wenn ich 40 Jahre lang gemacht habe, danach habe ich wirklich körperliche Einschränkungen. Also die Grundregeln der Büroergonomie sollten eingehalten sein. Vom Stuhl über die Bildschirmgröße etc. Und da hat sich auch in den letzten Jahren wirklich viel verbessert. Was aber oft vorkommt, und das habe ich auch persönlich beobachten können, dass Mitarbeiter von selbst auf die Pausen verzichten und dafür zum Beispiel eine halbe Stunde eher nach Hause gehen. Oder aus falsch verstandenem Engagement einfach durcharbeiten, weil ja so viel zu tun ist. In einer Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin verzichten 31% der Frauen und 27% der Männer auf die Pausen. Also das ist fast jeder Dritte. Und bei Frauen in Führungspositionen ist es noch viel krasser. Da sind es 41%, die auf ihre Pause verzichten. Und das ist nicht gesund für ihre Mitarbeiter und auch nicht gesund für ihre Büroabläufe. Warum ist das so? Weil nicht nur die Konzentration im Laufe der Zeit nachlässt und damit die Gefahr von Fehlern massiv steigt, die dann aufwendig und teuer nachgearbeitet werden müssen, sondern insbesondere langfristig die psychische Gesundheit des Mitarbeiters echten Schaden nimmt. Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Beeinträchtigungs-Herz-Kreislauf-Systems bis hin zur Berufsunfähigkeit durch Burnout. Achten Sie als Führungskraft unbedingt auf die Einhaltung der gesetzlichen Pausen und fördern Sie dazu zusätzlich Kurzpausen von 5 Minuten zur Entspannung oder zur kurzen Bewegung. Wir hatten in dem ersten Video zu Büroabläufen über diese 5 Minuten Pause bei der Promodoro-Technik gesprochen. Nutzen Sie das wirklich aktiv. Es hilft tatsächlich. Bewegung lässt sich mit Stehpulten, kurzen Spaziergängen oder Bewegung im Büro fördern. Und diese 5 Minuten Zeitverlust holen Sie als Arbeitgeber durch gesündere und konzentrierte Mitarbeiter locker wieder raus. Kurze Pausen ohne umständliches Ausstechen lohnen sich wirklich. Dazu gehört auch Termine und Besprechungen nicht immer zur halben oder zur vollen Stunde inzulassen, sondern 25 Minuten oder 55 Minuten einzuplanen. Das können Sie auch in Ihrem Outlook-Kalender zum Beispiel entsprechend voreinstellen, dass es eben 5-Minuten-Slots sind, wo Sie das Raster bilden können für Besprechungsanfragen und nicht immer nur halbe Stunde oder Viertelstunden. So haben wir dann nämlich noch 5 Minuten Zeit und Pause bis zum nächsten Termin und hetzt nicht von Meeting zu Meeting. Das kann einen echt fertig machen, sowas. Und wie das konkret geht, das zeige ich Ihnen jetzt. Wir sind jetzt in Microsoft Outlook in der Kalenderansicht, die Sie hier entsprechend einstellen können. Gehen Sie, wenn Sie das Raster auf 5 Minuten umstellen wollen, in den Menüpunkt Ansicht und dann gibt es hier Zeitskala. Und hier ist standardmäßig 30 Minuten eingestellt. Sie können es aber zum Beispiel auch auf 6 Minuten einstellen. Und damit haben wir das entsprechende Raster. Und wenn wir jetzt hergehen und einen neuen Termin anlegen, zum Beispiel von 8 Uhr bis 8.55 Uhr, neuer Termin, dann sehen Sie, dass auch diese 5-Minuten-Raster in die Terminplanung entsprechend mit übernommen werden. Wer sich mit dem Thema Pausen und Ihrer Ausbildung auf die Gesundheit generell genauer auseinandersetzen will, der findet den Link dazu der Studie hier in der Videobeschreibung. Gucken Sie da mal mit rein. Sehr umfangreich, auf vielen, vielen Seiten. Alles zum Thema Pause und Erholung. Jetzt fehlt noch ein Themenfeld für effiziente Abläufe im Büro. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Die Optimierung der Abläufe selbst und die kontinuierliche Verbesserung. Und die beginnt beim Hinsehen. Sie als Führungskraft müssen hinschauen und Ihre Mitarbeiter im Büro ermutigen, Abläufe zu hinterfragen und Verhaltensweisen nicht schulterzuckend einfach hinzunehmen und sagen, Es ist halt so. Hey, das war schon immer so. Nein, Ihre Mitarbeiter sagen, hey, den Schwachsinn mache so nicht mit. Leider passiert das viel zu wenig. Und jetzt erzähle ich Ihnen eine wahre Geschichte dazu. Ein Mitarbeiter in einer größeren Firma sollte eine bestimmte Energiemenge ausrechnen. Und in der Energiewirtschaft sind Viertelstundenmesswerte die übliche Größe. Also alle Viertelstunde gibt es eben entsprechend die Messwerte. Und jetzt haben Sie eben 8.760 Stunden im Jahr. Und wenn Sie das hoch multiplizieren, dann haben Sie ungefähr 35.000 Messwerte. Schön 35.000 Zeilen. Und das, was auszurechnen war, gab es verschiedene Richtungen von dem Zähler, Bezug und Lieferung. Naja, es gab halt auch ein paar Spalten dann dazu. Und wie es so kommen sollte, war das erstmal ein Workaround, weil das eigentliche System diesen Report nicht konnte. Nach und nach kamen eben weitere Spalten dann dazu. Am Ende des Tages hatte diese Excel-Tabelle nicht nur die rund 35.000 Zeilen, nein, sie hatte auch noch ungefähr 190 Spalten. Und damit hat es ja eine Größenordnung angenommen, die also im Gigabyte-Bereich lag. Und jetzt kommt das Schönste. Jedes Jahr zum Zeitpunkt der Zeitumstellung im Frühjahr und im Herbst lag die ja immer an einem anderen Datum, mussten alle Formeln manuell angepasst werden. Die Führungskraft hat nicht hingeschaut, dass sich dieser Mitarbeiter tatsächlich da irgendwo rein verrennt. Sie hätte viel eher Stopp sagen müssen, wenn sie erkennt, dass der Mitarbeiter sich in irgendetwas verrennt, aus dem er da nicht mehr rauskommt. Sie hat es aber nicht gemerkt und der Mitarbeiter hat es nicht gesagt. Also, wenn Sie sich Büroprozesse verbessern wollen, dann müssen Sie teilweise ganz genau hinschauen. Und wenn der Prozessschritt Lieferantenrechnung bezahlen lautet, klingt das erstmal relativ eindeutig. Aber es kann sich dahinter sowohl das Ausfüllen eines beleghaften Überweisungsträgers und das Einwerfen im Postkasten bei der Bank verbergen oder aber die maschinelle Erkennung der Rechnungsdaten aus der Rechnung, das Übertragen der Daten als Sammelüberweisung aus einem ERP-System an die Hausbank. Beides ist möglich, aber natürlich ist die zweite Variante mit viel, viel weniger manuellem Aufwand verbunden und ist natürlich wesentlich effizienter. Welche Büroprozesse kommen im Unternehmen denn vor und werden mehrheitlich im Büro abgearbeitet? Der Prozesssichtbarkeit herstellen von der Auswahl der Marketingkanäle über den Content-Erstellung bis zum Eintreffen der Anfragen von Interessenten. Das wird erst als ein Prozess. Der Prozessaufträge akquirieren vom Eintreffen der Anfragen eines Interessenten bis zum unterschriebenen Auftrag. Der Prozessauftrag vorbereiten von der Bestellung der Ware über die Terminierung und die Vorbereitung bis zur Abwicklung. Der Prozess Eingangsrechnungen verarbeiten von der Lieferantenrechnung über die Prüfung, Zahlung, Verbuchung in der Warenwirtschaft und dem Buchhaltungssystem. Der Prozess Ausgangsrechnungen verarbeiten von der Kundenrechnungserstellung über die Zahlungsüberwachung, Mahn- und Forderungswesen bis zur Verbuchung in Warenwirtschaft und Buchhaltungssystem. Die Personalprozesse von dem Bedarf an Mitarbeiter identifizieren, also brauche ich wirklich neue Mitarbeiter, über die Personalplanung, Bewerbungsprozess, Onboarding, Mitarbeiterentwicklung, Lohn- und Entgeltzahlung bis hin zum Ausscheiden aus dem Unternehmen durch Kündigung oder eben Rente. Sie merken schon, bis sich da durchgeackert haben, ist es ein weiter Weg. Und daher sind Prozessoptimierungen eher eine langfristige Reise und kein schneller Sprint, der morgen fertig ist. Prozessmanagement wird nie fertig. Welchen Impuls aus diesem Video fanden Sie es besonders spannend oder wollen ihn gerne umsetzen? Schreiben Sie mir Ihre Gedanken gerne dazu in die Kommentare. Wir sehen Sie im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder